Ich wollte nur mal gucken, was du so machst. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe mir einfach mal gedacht, obwohl der neue Tank noch nicht verbaut ist, dass ich erstmal trotzdem, wenn ich mit der Bahn unterwegs bin, zu meiner Sicherheit den neuen Abschießbahn-Tankdeckel-Tankverschluss hier erstmal auf diesen alten Tank noch verbaut habe. Den zeige ich euch mal. Hier könnt ihr sehen, dass ich erstmal den neuen Tankdeckel verbaut habe und MZA, den ich mir in Aschersleben gekauft habe beim Simson-Händler meines Vertrauens mit 50 Jahren Berufserfahrung. Schöne Grüße an der Pfeiffer. Er passt prima. Und bis der neue Tank drankommt, dachte ich mir einfach, wenn ich dann hier so mal mit der Bahn unterwegs bin und die Simson steht hier am Bahnhof, man hat ja doch immer seine Bedenken, aber jetzt fühle ich mich ein bisschen besser. Weil ich jetzt einen Abschießbahn-Tankerkel habe. Ein bisschen Sicherheit hier für meine kleine Schätzchen. Euer Peter Rocketbilly. Tschüss. Deswegen sage ich ja, wenn man kein Stativ hat, ist das ein bisschen blöd. Mittenverkehr, schnell rein. Oh, jetzt kommt es noch auf ihr. Ja. Vielen Dank.